Ach, da sitzt er! Herr Brumsinger, werden Sie zacken oder wie? Ja, ja, übrigens. Zur Beruhigung, wegen Beruhigung habe ich Eisenbahn-Simulator. Das hört sich aber langweilig an. Nein, nein, das ist das Wort für Selig. Wegen Feng Shui, wegen Ying in Yang, das hat mir der Alphans, der ist Landwirt, der macht so Heilpraktiker noch nebenbei. Also wegen Feng Shui und so? Ja, ja, Feng Shui. Da fahre ich meinen Eisenbahn-Simulator, da fahre ich Wannwe, fahre ich los, 5.000 km fahre ich bis vom Mülken bis auf Rumpf. Warte, da noch runter. Ist das entspannend oder warum? Ja, das ist total entspannend. Da tust du noch abkupeln, aufkupeln, kannst nebenbei, kannst du ein Bild, kannst du dir nebenbei auch. Das ist wichtig, wegen Flüssigkeitshaushalt, wegen Flüssigkeitshaushalt. Ja, ist schon klar. Und spielen Sie halt was anderes auch noch oder nur Eisenbahn-Simulator? Ja, ja, nein, nein, falsche Am liebsten tue ich dich, manchmal spiele ich Fifa. Warte, spiele ich mal Fifa, warte mal. Ich spiele mal Fifa rein. Fußball? Ja, Fußball. Fußball. Warte, ich tue einfach. Ja, das ist aber schon mehr Action als jetzt Eisenbahn, oder? Ja, ich habe Feststellung gemacht bei diesem Fußball, Fifa. Wenn du ruhig, warte, wenn du ruhig, kommst du weiter. Ja, ich spiele nicht, ich spiele nicht. Ich spiele nicht, ich spiele nicht. Warte, jetzt spiele ich. Warte mal. Jetzt spiele ich bei 60. 18,16 Müll gegen Reval Madrid. Jetzt warte mal. Real Madrid. Reval Madrid, auch Reval. Da spielt dieser Ronaldo. Spielt der, der Ronaldo. Rolando, Rolando, Rolando. Warte schon, der macht immer so. So, macht das nicht. Da ist ein Tor. Ja, die Tor, weil 60 ist, da ist Rady Radenkovic in den Torno. Ja. Die Champions League. Wir spielten 60 in der Champions League, das stimmt ja auch nicht. Ja, ja, weil ich, nein, das war, meins ist von 2008, Fifa. Ach so. Ja, ja. Schau, 1-0. Jetzt sind schon ordentlich für Reval Madrid. Also ich bleibe mal unter ruhig. Nein, nein, da musst du, es ist, musst einfach, jetzt warte mal. Jetzt, warte mal, jetzt, warte mal. Wie lange geht's denn noch? Ja, ja, warte mal, warte mal. Jetzt ist. Abweil, da, 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 da. Oh. Ei, 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 ei. 2-0 Schoffe, 2-0 Schoffe Reval Madrid. Mal auswetzen vielleicht. Nein, jetzt warte mal. Da musst du ruhig, da musst du. Ja, ich sehe nicht. Da musst du ruhig bleiben. Da musst du. Warte mal, da musst du. Ey, das war am Faul. Das war am Faul jetzt. So fliebst du. Pfeif halt dann mal. Brich mal ein Bier. Ey, du mal. Brich mal ein Bier. Da musst du ruhig bleiben. Warte mal, du musst du. Also, wir haben da ganz schön im Griff, ja. Warte mal, warte mal. Ich habe noch eine Blutgrätsche. Warte mal, eine Blutgrätsche. Warte mal, sag jetzt. Das ist ja auch nicht so. Warte mal, ich nehme schon. Warte mal, ich nehme schon. Warte mal. Oh, du mal entsetzt. 3.0. Hey! Hey, sag mal, du schier' Idiot! Das war auf ... Auf Salz! Das war auf Salz! Das war auf Salz! Das war auf Salz, jetzt! Das scheint ... Das war gut, nicht mehr! Den Ding, ding! Du musst da mitahlen! Vielen Dank.